Der Stein wird der glückliche Dämonische auszummen. Oh, schüttern Bus. Die Hammer. Oh, was hat passiert. Das freu ich mich jetzt gerade auch. Ach, wir stehen auf der Ramme. Das los hat Tor. Ah. Deswegen ist auch die Kamera so komisch. Boah, die sind total futal. Laud, die Ketten. Alter. Ja, sie läuft. Ich gucke, dass die Ketten kaputt gehen. Jawohl. Ich gucke. ich glaube das ist nicht mehr richtig was ein spricht mit tyrael irgendwie ist tyrael immer schneller als mir der cheater sehr sinnvolle abzusperren was ist das für eine der macht ja blablabla mentorin blablabla wohl zwischenzüge uns nephalem der schwarze seelenstein oh gott zum Beispiel Brottel oder was kling auch Oh, oh, oh. Na, Kollege hat's schon... Ja, wir hängen alle an der Deck. Super, ey. Okay. Danke. Endspurt. Da würde ich nicht dagegen retten. Ja, ich war ein bisschen zu fix. Oh, da zu langsam, wie man es nennt. Oh, ja. Oh, das ist mies, ey. Oh. Ah. Hehe. Jetzt fickst du doch zu langsam. Zu langsam. Oh, das ist mies. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh. Oh, ja. Oh. Ich war durch, ich stehe schon auf der anderen Seite und der Ding friert mich noch hin. Auf das scheiß Ding hab ich jetzt gerade gar nicht geachtet, der ist zu... Da ist relativ deutlich, weil da auch ein Buh auf dem Bund liegt. Ach, schon wieder? Ja, auch nochmal Lebensbande. Ja, bloß. Können wir hier deuschen, aber die hauen ganz schön fest so. Ach, sind sie schon put? Oh. Get set. Danke. Doa. Get set. Schau mal, jetzt jedes Mob, dass es hier irgendwie gift endwo gekillt. Ja. Ich habe jetzt hier einen Einzeln. Das, was ich ziemlich gut bin. Ich bin, ich bin, ich bin nur die Inge-Berge. Wir meinen, ich bin besser auf. Ich bin, ich bin ganz schön, dass es hier ist. Ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin, ich bin. Ja! Aber bisher leftet ganz gut schon, Level 69, zwei Legendaries gefunden, die mir was bringen. Haha. Okay, super. Ich bin wieder gesund. Ich bin wieder gesund. Ich bin nur am wegrennen, das ist gut da. Geht's halt. Danke, danke. So, auf ins letzte Gefecht. Aber zuvor muss ich mal verkaufen. Ja. Und die Hose, fertig mal. Ich glaub ich hab neuer Abendschi. Ey, 11,6. Das können wir vergessen. Nur die Hose bringen was. So, Handwerksstufe 11. Der Schlechter lädt in seinem Schnitzer weiter. Hahaha. Das Ding hat ja richtig bösen Damage drauf, ne? Haha. Was ist das? Ja. Schon cool. Besonders die 3.000 noch weit leben pro Treffer. Wenn du so bei 54 bist, so 5-6 Moffs voll, ja, bist du instant voll. Oh, das sieht cool aus. Hm. Hm. Mhm. Oh, das sieht cool aus. Mhm. Uh. Oh. 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 Achso, das ist jetzt mal ein cooles, lilanes Portal. So kommt das Tode. Findet Malteil. Geht jetzt schon Richtung Endpost. Ja Malteil ist halt Endpost, oder? Jaja, hier ist. Ein Buch. Was hab ich denn jetzt davon wach? Eure Angriffe können Malteil verletzen. Tatsächlich. Was? Ich hab nen Buff. Eure Angriffe können Malteil verletzen. Oh, und mich selbst auch, ja. Ja, Aspekt des Todes. Alter. Höh. 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 Buch 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 Deaktiviere die Zeitfalle. Ja, da stehen einige... ...Mops. Oh, okay, ne? Oh, hier ein Buch. Ja, hier sind haufenweise Dämonen. Ja, hier sind wir. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Jetzt ist es soweit. Wirbelwind, wo ist mein Blutzuck? Da. Alter, der Schlag hat jetzt gerade mal mit 5 Millionen gekrittet. Ja, wo hängst du? Ja, wo hängst du? Buch hier. Was? Buch? Ach, nein, ich hab's nicht gesehen. Ich hab's da vorgestanden. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Legendary. Alter, was geht denn bei dir? Einhänderachst. So, du willst fahren. Nö. Meine aktuellen sind stärker. Ja, mir bringt so 13% Damage halt, aber... Ja, es nimmt mehr Damage und Zähigkeit und grad die Zähigkeit ist momentan Gold wert. Ich hab's nicht gesehen. Oh, hast du das Buch vergeholt? Jo. Na, ich hab's jetzt mal angelehnt. Ach, ich hab's jetzt mal angelehnt. Ist doch irgendwo im Gelbert. Hat mich zwar ein bisschen Zähigkeit gekostet, aber ich hab noch knapp 3 Millionen. Hat mich zwar ein bisschen Zähigkeit gekostet, aber ich hab noch knapp 3 Millionen. Na doch, die Axt ist cool. Ach du Scheiße. Du musst doch gleich nochmal Portal spielen. Vorne jeden Buch. Also hier. Also hier. Noch ein Wichter von Malta Heal. Noch ein Wichter von Malta Heal. Ich bin wieder gesund. Das geht noch nicht. Vorne sind die nächsten Portale. Haben wir halt. Ich bin ja im Prinzip, dass sie so komische Portale drin machen. Ja, cool. Aber dann bitte nicht alle 2 Meter. Hallo. 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 Hallo, wieviel Scheiß Wächter hatten, der Idiot. Das war's. Das war's.